Wir sind nicht heiliger als die Weltlichen, nur weil wir uns hinter diese Mauern zurückgezogen haben. Im Gegenteil. Jeder, der hier eintritt, hat eingesehen, dass er schlechter ist als alle und jeder auf Erden. Eben, gibt es eine Unsterblichkeit? Irgendeine? Wenigstens eine kleine, eine klitzekleine? Es gibt auch keine Unsterblichkeit. Gar keine? Gar keine. Nur eine komplette Null oder irgendetwas. Vielleicht gibt es irgendein Etwas. Das wäre immerhin etwas anderes als das. Nichts. Ich will keine Harmonie. Aus Liebe zur Menschheit will ich keine Harmonie. Diese Harmonie ist viel zu teuer. Der Eintrittspreis übersteigt unsere Verhältnisse. Darum beile ich mich, mein Billett zu retournieren. Nicht, dass ich Gott nicht hinnehme. Ich retourniere nur ehrerbietigst mein Billett.